Freunde, im heutigen Video haben wir Roblox ab. Jede Sekunde bekommen wir plus 1 Leben gespielt. Und wir mussten richtig krasse und harte Challenges machen. Und ja, Freunde, ich musste heute wieder ein paar Bobbugs ausgeben. Ihr könnt gerne zusammenzählen, wie viel ich heute insgesamt ausgegeben habe. Aber Freunde, guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit beginnt auch schon das Abenteuer. Wie ihr seht, bekommen wir ein Leben pro Sekunde. Und hier unten ist auch schon die Leiste. Wir haben gerade 50 Leben. Moment mal, genau jetzt haben wir 50 Leben. Und mit dabei ist heute nicht nur die Lamy Army, wie ihr seht, sondern auch die liebe Emily. Hallo, mein Name ist Aberock. Ähm, ja, oder so ähnlich, Freunde. Dann haben wir heute das Video mit, aber auch in der weiblichen Version. Okay, 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 okay. Wie ich sehe, gibt es hier vieles zu tun. Moment mal, sogar so eine Achterbahn. Oha, die müssen wir sofort überleben. Moment mal, Schwert, Schwert überleben? Hä? Hä? Ähm. Oh, hier ist ein Schwert. Oha, oha. Okay, okay, okay. Geh weg von mir. Hey, du bist weg. Ich glaube, ich bin auf die Platte gekommen. Okay, Moment mal, ich glaube, dafür brauchen wir auf jeden Fall viel mehr leben. Oder hat es irgendjemand geschafft, Emily? Ähm, ich weiß es nicht. Lass mich mal schauen. Und? Okay. Ja, du darfst nur nicht auf die Platte kommen, Lamy. Aha, fest dir, fest dir. Oha, oh man, ey, die Lamy-Army, die, ja, die stechen hier alle ab. So, weg mit dir. Nein, er hat mich einfach umgeschnetzelt, Mann. Okay, alle guten Dinge sind drei. So. Und ich glaube, wir sollten das jetzt auch endlich geschafft haben. Oh man, ey, dieses Schwert ist so laut. Aber, ja, wir haben es geschafft. Okay, okay, was können wir hier alles noch machen? Oh, das ist wohl richtig, richtig schwer zu überleben. Ähm, minus 250 leben. Emily, geh mal da drauf. Ähm, sollen wir zusammen? Okay, drei, zwei, eins und... Ähm, oh oh. Oh oh, nee, nee, nee. Das macht es nicht mit. Ah! Nein, oh man, ey. Ich habe viel zu sehr Angst davor. Okay, Moment mal, wir haben jetzt... Oh oh oh, nein, nein, nein. Okay, okay, warte mal. Minus 15, ähm, minus 50. Oh oh, okay, wir sind tot. Wir sind tot. Oh man, warte mal. Das will ich aber nochmal spielen. Wo bist du denn gerade, Emily? Ah, da, komm mal mit. Hey, okay. Ich habe jetzt 207. Ja. Ah! Ja, ja, ja. Und... Minus 30, minus 50, minus 50, minus 50, äh, minus 75 Prozent. Oh oh, okay, jetzt sind wir bestimmt tot. Und wir sind tot. Oh man, um das komplett zu überleben, braucht man, glaube ich, ich weiß nicht, 1000 Leben oder so. Ey, ich dachte, wir rennen zur Achterbahn, Lamy. Ja, okay, lass uns jetzt so Achterbahn... Oder, warte mal, warte mal, warte mal, was ist das für ein Turm? Ja, der ist schon ziemlich interessant. Minus 1, minus 5, aber guck mal, da oben ist auch minus 350. So viel Leben haben wir nicht mal. Hm, okay, da hast du recht. Dann müssen wir noch ein bisschen im Spiel bleiben. Aber hast du auch mal in die Grube hier geschaut? Welche Grube? Oh, warte mal, die, äh, das schaue ich gleich nach. Ich muss hier nur erstmal... Oh, eine. Toll. Oh man, ey. Und vor allem, dieses Schwert ist so laut. Ähm, bist du schon in die Grube reingefallen? Nö. Sollen wir das mal zusammen machen? Oha. Okay, 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 lass uns das mal machen. Oh, ich wurde hier fast abgeschnetzelt. Okay, wo bist du? Ähm, ich spring jetzt in die Grube und let's go. Warte, du bist bei der anderen, du Domi. Und ich, äh, äh. Oha, man braucht hier auch voll viel Leben. Wir haben noch viel zu wenig. Moment mal, hier gibt es hier auch noch einen Shop, oder? Oder? Oder, ich weiß nicht. Ah, hier, Shop. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Oh, man kann sich, man kann sich einen Sieg kaufen. Ähm, okay. Okay, was kann man sich hier noch kaufen? Moment mal. Ich habe irgendwie keinen Plan, was uns diese Siegel hier bringt. Ich kaufe mir einfach mal fünf Siegel. Ähm, vielleicht haben wir dann mehr Leben. Ich weiß es nicht. Ähm, nö. Wir haben immer noch genauso viel Leben. Und wir können uns, uh, ein Haus hier kaufen. Und das bringt uns dann, glaube ich, mehr Glück oder mehr Leben. Okay, Moment mal. Da kaufen wir uns einfach mal, hm. Hier, Stufe 3 für 245 Robux. Wo bist du? Ähm, ich bin direkt hier in der Mitte. Schau mal hier, ich bin auf der Achterbahn. Auf der... Let's go, schau mal. Nicht im Ernst. Und ich bin tot. Oh, Mann, ey. Okay, okay. Das heißt, die Achterbahn ist auch noch mega schwer, oder? Warte mal, ja, siehst du das Haus? Und siehst du das Trampolin da hinten? Ja, wie kommen wir da hin? Das weiß ich nicht. Vielleicht über die Achterbahn? Hm, okay, Moment mal. Ich kletter erst mal hier diesen Turm hier hoch. Und, Moment mal, ich will mein Haustier rausholen. Äh, nein, das ist nicht. Ähm, aha. Hier haben wir unser Haustier. Hä? Das sieht ja mega langweilig aus. Hä? Das sieht voll... Oh, 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 upsie, upsie. So, Moment mal. Wo haben wir... Yeah, mein Haustier. Moment mal. Wir müssen das benennen. Okay, Emily. Ähm, wie sollen wir das Haustier nennen? Emily! Okay. Das hier ist Emily. Unser, ähm... Ich weiß nicht, was ist das überhaupt für ein Pet? Das sieht aus wie ein Staubsauger. Ja, das ist dann Emily, der Staubsauger. Mit den Kopfhörern drauf. Das passt ja mega. Ja, das will ich auch sagen. Okay, ich versuche mal, den Turm so weit wie möglich hochzuklettern. Ich bin bei minus 200. Was? Schon so weit? Ich muss jetzt nur noch warten, bis ich wieder genug Leben habe. Aha, stimmt. Hier kann man ja einfach warten, bis man genug Leben hat. So. Okay, ich bin jetzt bei minus 150. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Die anderen müssen warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das schaffen wir niemals. Oh, oh. Minus 350? Ich habe 30. Ja, ich bin genau hier bei dir. Weißt du was? Ich spring runter. Tschüss. Was machst du denn? Moment mal. Kann ich von hier nicht auf das Trampolin springen? Ich glaube nicht, oder? Probier es mal aus. Das möchte ich sehen. Nee, danke. Ich warte lieber, bis ich genug Leben habe. Und Moment mal. Ich glaube, da oben gibt es einen Sieg, den wir abholen können. Okay, 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 Freunde. Dann warten wir jetzt erstmal ein paar Sekunden. Und okay. Wir haben jetzt über 350 Leben. Jetzt muss ich warten, bis ich 500 Leben habe. Aber Moment mal. Ich habe ja immer noch die Kraft der Bobox. Deswegen kaufe ich mir jetzt nochmal für 99 Robox schnellere Regenerationen. So, einmal kaufen. Jetzt sollten wir viel, viel schneller Leben bekommen. Oh, okay. Ja, ja, ja. Das geht schon schneller. Aber irgendwie ist es immer noch sehr, sehr langsam. Hm. Was können wir uns noch kaufen? Mal zwei Gesundheit für 200 Bobox. Freunde, ihr wisst, ich liebe es für euch, die Bobox auszugeben. Damit ihr das nicht machen müsst in den Spielen. So, gekauft. Und okay, ich glaube, ich sollte jetzt auch mehr Leben haben. Und gleich habe ich wieder 500 Leben. Und dann habe ich hier den ersten Sieg. Ähm, fair, er spielt, Emily. Und du hast immer noch keinen Sieg. Und wo bist du gerade? Ich bin jetzt ganz oben. Oh, mein Gott. Ich komme auch, Lamy. Hä? Lol, ich habe jetzt sogar noch ein Pet bekommen. Hä? Ich komme. Lol. Okay, Moment mal. Moment, Moment, Moment. Wo haben wir das? Ähm, Haustiere, Haustiere. Okay, kann ich jetzt zwei zusammen... Moment mal. Nee, ich habe immer noch einen. Ich will noch einen hier zusammenführen. Hä? Moment. Irgendwie. Hä? Moment mal. Warum habe ich jetzt wieder so wenig Leben? Ähm, irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Das hier. So. Ähm, okay. Okay. Oh, Mann, ey. Und guckt euch das mal an. Die schreiben alle wieder... Uhu. Oh, Mann, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Uhu. Ähm, ja. Uhu ist cool. Uhu, Lamy, Sasbaka. Okay, 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 Freunde. Wir gehen mal wieder hier hin. Okay, mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. So, erstmal minus 30, dann minus 15. Hier muss man richtig schnell Mathe rechnen. So, minus 50, dann, äh, minus 100. Minus 150. Oh, 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 oh. Äh, minus 100. Äh, oh, nein, 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 nein. Oh, doch, ich habe es doch geschafft. Oh, mein Gott. Ja, ja, nein, nein, nein. Ich war bei der letzten Stufe. Oh, mein Gott. Aber, Freunde, ich glaube, wir könnten das jetzt wirklich schaffen. Ich warte noch, bis ich ein bisschen mehr Leben habe. Und dann müssten wir das theoretisch oder mathematisch eher, ähm, ja, schaffen können. So, ich habe jetzt über 800 Leben. Na gut, auf ein neues, Freunde. So, minus 30. Zack. Okay, 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 Freunde. Ich hoffe mal wirklich, dass ich das diesmal schaffe Dann hier hin Dann, äh, hier hin Minus 259 Minus, äh, 70% Und Nein, nein, nein Och, Mano, wieder so knapp Die brauchen, glaube ich, noch ungefähr 200-300 Leben mehr Vielleicht schaffen wir jetzt aber Diese Grube hier, okay Eins, zack, okay Okay, 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 okay Moment mal, doch, ich glaube, dass sie Oh, mein Gott, nicht im Elf Nein, oh, Mann, das war richtig knapp Emily, sag mal, wo bist du denn jetzt eigentlich? Lami Ich hab den Turm geschafft Let's go Oh, Mann Das wurde auch mal wirklich Zeit Na gut, lass uns mal gemeinsam jetzt hier in die Grube springen, okay Warte mal, ich hab nur noch 13 Leben 13 Leben? Wo sind meine Leben? Eigentlich kommen die doch immer wieder Egal, ich spring trotzdem runter Tschüss Let's go Okay, ich hab jetzt über 1250 Leben Au Händen Kauft ja auch Nein Oh mein Gott, das war diesmal Unnormal knapp Aber, Moment mal Ich glaube, mit so viel Leben Sollte ich Das hier jetzt schaffen Komm schon, komm schon, komm schon Freunde Lass jetzt einen Daumen nach oben da Wir müssen auf jeden Fall jede Challenge hier noch schaffen Im Spiel So, hier lang Ja, ich glaube diesmal, Freunde Schaffen wir das doch locker So, hier lang Hier lang Ähm Okay, warte Hier lang ist es, glaube ich, lauer Ja Wir haben es geschafft Lol Hat er es Oh nein Er hat es auch fast geschafft Okay, jetzt hab ich plus 3 Siege Oha Baumeister Zylinder hab ich bekommen Aber jetzt hab ich wieder so richtig wenig Leben Oh Mann Ey Aber ich hab schon 9 Siege insgesamt Und du? Ähm Ich hab einen Sieg, Lommi Wo bist du eigentlich? Einen Sieg Ich bin hier wieder bei der Grube Aber ich möchte jetzt auch da hinten zu den Trampolinen Alter Oh mein Gott Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hinlaufen Oh, jetzt wieder das Schwert hier Oh oh So Okay, aber ich glaube Diesmal hab ich genug Leben Um die ganzen Challenges zu schaffen Hm Bist du schon beim Trampolin? Jo Oh, warte mal auf mich Wow Ich bin tot, oder? Ich bin tot Nee, immer noch nicht Okay Aber ich komme nicht weiter, Lami Oha, man bekommt ja die ganze Zeit Schaden Okay, das heißt Man muss richtig schnell rechnen So, wir rechnen erstmal vor Zuerst minus 60 Dann minus 50 Dann, äh, minus 100 Hä? Oha Was wir vorrechnen? Mach doch einfach die Prozentzahlen Die Prozentzahlen? Ja, aber das sind doch weniger Ja, aber manchmal nicht Ach so Zum Beispiel, wenn du nur 10 Leben hast Und dann minus 100 machst Oder minus Prozent Dann musst du Prozent Und wenn du, ähm Ja, mein Mat Ich verstehe auch gar nicht mehr Let's go Ich hab 18 Nein Oh Mann, ey, siehst du Prozent war diesmal voll falsch Du musst einfach beim Rand springen, Lami Beim Rand? Kriegt man dann gar keinen Schaden? Also ich hab grad nichts bekommen Hm, Moment mal Ich möchte noch ein bisschen warten Bis ich hier in die Grube reinspringen kann Oh, warte mal Das hab ich ja gar nicht gesehen Lol Hier kann man auch noch lang Okay Hä? Minus 10.000? Alter, das schaffen wir Niemals Ich hab ja noch nicht mal das Jump and Run bis dahin, Mann Oh Mann, bist du schlecht Wie kann man das denn nicht schaffen? Du bist ja drunter gefallen, richtig? Jein Oh Mann So, hier lang Okay, ja doch Ich glaube, die ist gar nicht mal so schwer Ja, okay Okay, ich bin jetzt drüben Minus 10 K Oh Hey Warte, können wir nicht vielleicht so außenrum? Nein Oh Mann Oh, das ist eine unsichtbare Wand Okay, da können wir leider nicht rum Hm Was gibt es noch zu entdecken? Da müssen wir noch hin Und da oben Oh, warte mal Ich möchte jetzt auch noch mal mit der Achterbahn fahren, Emily Hey, warte auf mich Ich möchte auch Komm doch Ich warte nicht Bleib mal stehen Ich möchte dich wegschnitzeln Nö, auf gar keinen Fall Komm her Ich bin jetzt auf jeden Fall hier bei der Achterbahn Man braucht hier 5 Siege Ich hab 9 So, okay, okay, okay Wir klicken mal für die Achterbahn Zack Und Let's go Ich bin hier mit der Mia Tja, Emily Für dich ist kein Platz mehr Dann Nein Und Okay Das sollte, glaube ich, noch easy sein Minus 25 Mal gucken auch Wie lange hier Mia überlebt Oh, oh, oh Dann bin ich mal Sehr, sehr gespannt Minus 50 Ich versuche gleich abzuspringen beim Trampolin Yo, Alter Ihr habt uns einfach überholt Moment mal Oh, klar Oh, ja Das hast du nicht geschafft, Emily Und so Minus Nein Ach, Mann Oh, wir waren zu schnell Oh, Mann Hm Moment mal Können wir vielleicht nach da unten springen Moment 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 Oh, hä Warte mal Hä Hier ist eine unsichtbare Wand Ich dachte, wir können vielleicht das Spiel so ein bisschen ausdribbeln Nein Ach, Mann Oh, aber ich glaube Jetzt habe ich eh genug Leben Um in die Grube reinzuspringen Okay Okay Let's go So Hier lang Hier lang So, zack Okay, okay Ja, easy, easy, easy Und Äh Ich glaube, ich sollte es schaffen Ja Oh mein Gott Ich habe es geschafft, Emily Zwei Siege für mich Weißt du warum? Du kaufst dir alles, du Stinke-Knoten Ich habe mir gar nichts gekauft Stimmt's, Leute? Du kaufst dir alles, du Stinke-Ellebogen Stinke-Ellebogen? Äh Naja Wie auch immer Moment mal Ich glaube Man kann sich hier auf jeden Fall noch kaufen Dass man mehrere Haustiere auf einmal besitzen kann Hm Soll ich das mal machen, Emily? Yay Mach das Ja, natürlich mache ich das Wieder 199 Baubucks ausgegeben Freunde Rechnet mal zusammen Wie viele Baubucks habe ich jetzt schon in diesem Video ausgegeben? So, das heißt Wir können den hier ausrüsten Und einmal noch den hier Hä? Habe ich jetzt zwei? Ich habe immer noch nur einen Irgendwas stimmt dir nicht, Freunde? Okay, Leute Ich glaube, ich wurde schon wieder gescammt Oder ich verstehe das nicht Ich habe mir auf jeden Fall hier gekauft Dass ich zwei Haustiere besitzen kann Aber irgendwie kann ich nur eins ausrüsten Und zwar Emily den Staubsauger Moment mal, Emily Was machst du da oben? Hey Siehst du das nicht? Ich bin auf Platz 1 Jetzt da unten steht Erster Platz Emily Raufler Nein, das steht da nicht Naja, wie auch immer So, Emily Du kannst jetzt auf jeden Fall mitkommen Lass uns nochmal mit der Achterbahn fahren Richtig? Okay Ganz schnell Damit wir zu zweit fahren können Ja, ja So, setz dich hin Und Okay Let's go Aber diesmal müssen wir ein bisschen langsamer fahren Nicht, dass wir wieder in der Ecke da hinten Ja, also in der Kurve rausgeschleudert werden Okay Und wie viel Leben hast du, Lamy? Hm, rate mal Ähm, ich wette locker so 1500 Äh, 1150 Du warst nah dran Denkst du, was ich habe? Ähm, 700 Ja, sogar fast Ich habe 696 Uh 576 Okay, okay Warte mal, die Bremsen hier Oh, wir bremsen auch Yeah Okay, okay Boah, ich habe nur 366 Lamy Ich kann nicht bremsen Lamy Nein, nein, nein Nein Spaß, Emily Spaß Ich kann bremsen Was bist du denn für ein Frechdachs? Sag mal Hä? Sag mal, ich bin doch kein Frechdachs Wenn ich frech wäre, dann würde ich einfach weiterfahren Ey Nein Das war's mit dir, Emily Das kriegst du zurück, Lamy Frech Lamy Ja, ja So, hier komme ich auch easy durch Oh, oh Beim nächsten brauchen wir 1000 Leben So viel habe ich noch nicht Oh, ich glaube, Freunde Ich muss hier erstmal eine kleine Pause machen So, kurz bremsen Oh, oh Okay, okay, okay Freunde, hier oben muss ich erstmal kurz chillen So, wie sieht es bei den anderen aus? Ähm, ich glaube Ja, nee, die haben noch nicht so viel Leben Warte mal Ich glaube, also das da hinten haben wir geschafft Die eine Grube haben wir auch geschafft Den Turm haben wir geschafft Dort hinten gibt es noch eine Grube Und, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mit dem Trampolin schaffen können Oh, warte mal Wir können erstmal weiterfahren So Aber wir müssen jetzt nochmal direkt die Pause machen Denn da hinten brauchen wir 1750 Leben Das ist ja mal richtig viel Und, Moment mal, das war's ja auch noch gar nicht Denn am Ende brauchen wir nochmal 2500 Leben Oh, mein Gott, ey Und wenn ich mir hier so das Trampolin-Level anschaue Da gibt es auch minus 4500 Leben Okay, das schaffen wir im Leben nicht Hm, wir müssen aber auf jeden Fall noch die Achterbahn schaffen Sag mal, Emily, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich geh grad zu den Trampolinen Klami, Karami, Salami, Sofani Oh, ich seh dich da unten Du springst auf den Trampolin Wie so eine kleine Ameise Yay Das schaffst du aber niemals, Emily Ja, sag ich doch Okay, okay, okay Wir haben jetzt genug Leben Fast kaum schon noch 100 Leben Und let's go Okay, aber jetzt müssen wir, wie gesagt, nochmal richtig lange warten Denn hier brauchen wir 2500 Leben So, bremsen Okay, okay, okay Und jetzt chillen wir hier erstmal wieder ein bisschen Na, Freunde, wie geht es euch? Schreibt es mal unbedingt jetzt in die Kommentare, wie es euch geht So, wir haben jetzt ein paar Sekunden gewartet Und wir haben jetzt fast genug Leben Komm schon 2350 Leben haben wir schon Emily, sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Also, ich bring die ganze Zeit die Grube runter Und versuche einmal zu gewinnen, Lami Okay, dann wünsche ich dir viel Glück Aber ich habe jetzt, glaube ich, genug Leben Komm schon Noch ein bisschen Noch ein bisschen Und dann habe ich genug Leben Komm schon Komm schon Und wir fahren weiter Und hier Let's go, Freunde Wir haben es hierhin geschafft Moment mal Tauschstatue Bald verfügbar Ähm, okay Was soll das hier sein? Äh, keine Ahnung, Freunde Auf jeden Fall Wir genießen hier erstmal die Aussicht Oh, wow Wunderschöne Aussicht Aber jetzt will ich auf jeden Fall erstmal meine Siege abholen Moment mal Was sind das denn hier bitte für Bäume? Die Bäume sehen richtig sass aus Naja, wie auch immer Fünf Siege können wir uns hier abholen Das machen wir einmal Und Yeah Let's go, Freunde Wie gesagt, Freunde Hier gibt es noch eine zweite Grube Die müssen wir auch auf jeden Fall einmal hier durchleben Und mal gucken, wie weit wir es jetzt schaffen Oh, und wir sind schon tot Oha Oha Dafür brauchen wir bestimmt so 5000 Leben oder so Das schaffen wir niemals Okay Wir haben ja eine kleine Frage Traust du dich mit mir diese Grube hier runter zu springen? Hä, Emily Aber natürlich Die schaffe ich doch easy Okay Sollen wir auf drei runter springen? Okay Eins Zwei Drei Und Und Die haben wir es schon mal geschafft Aber Hier Es Easy Oha Moment mal Das schaffen ja voll viele mittlerweile Hey, stark von denen Und jetzt können die ein bisschen Gin und Kaffee trinken Oh ja Moment mal Warte mal Ich mag gar keinen Kaffee Lass uns einfach die Siege mitnehmen Ähm Ja, aber ich sehe gerade da hinten auf der anderen Seite Bei der anderen Grube Oh Mann Da kommen wir niemals lebendig durch Das ist viel zu schwer Naja Die zwei Siege Nehmen wir auf jeden Fall noch mit Aber Freunde Das war es auf jeden Fall mit diesem Richtig, richtig coolen Video Und wenn es euch gefallen hat Dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag Uh Wie gesagt Aber naja Freunde Liked das Video Abonniert den Kanal Und aktiviert die Glocke Ganz, ganz wichtig Damit ihr keine weiteren coolen Lami Gaming Videos mehr verpasst Und Freunde Links könnt ihr noch das letzte Video abchecken Und rechts könnt ihr den Kanal Wie gesagt abonnieren Das solltet ihr beides getan haben Ansonsten Sehen wir uns morgen Wie immer bei einem neuen Video wieder Und ciao Peace Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal